ich hab doch hinten keine augen freie sicht ich leg dir mal hier schmerzmittel hin ich bin zu schnell für die ich hab irgendwie das gefühl das gibt da kam schon wieder ein baum aus dem ding einfach so hast du den jump gesehen rené ja der war gut ne ich hab das gefühl dass hier schon mal drin ist das gefühl ich hab's mir schon gedacht er ist tot was soll da okay sein ich hab schon mal play gedrückt da war ich schon mal die hälfte lebens schon weg ich habe kaum die tür betreten und schon war ich tot da stand er nicht drauf wir kommen in der schwelle über die schwelle des todes und ich eigentlich wie der braut über die schwelle tragen das war wohl schwer aber eher aufschmeißen ich drücke ich versuche schon mal play zu drücken würde ich nichts tun dennis links ich bin ausgenockt doch die waldfee ich wollte schießen hat aber die die waldfee die 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 die